Servus Leute, ich bin's wieder online und willkommen zu einem neuen Video. Das hier ist ein bisschen ein anderes Video, weil das ist ein Gastvideo für den GCN. Und da mal danke an den Max, dass ich ein Video machen darf. Und ja, in dem Video werde ich ein bisschen was erzählen über mich. Und im Hintergrund seht ihr ein Colft-Dedenced-Warfare-Match. Und so auf der Map, Sideshow, Team Dive-Match. Und ich bin kein gerade guter Spieler, deswegen seht ihr, dass ich das sehr oft gekillt werde. Und ja, kommen wir mal zu mir. Ich heiße Lorenz, wie ihr euch wahrscheinlich schon, dass du begrüßt und denken könntest. Bin 14 Jahre alt und mache seit, ich glaube, 2012 YouTube-Videos. Hab dann aber für einen Monat Pause gehabt, weil ich keine Lust auf Videos hatte. Und weil ich keine Aufnahmemöglichkeiten hatte, weil ich konnte nur Videos aufnehmen, wenn ich bei Max war. Und dann haben wir es auch für eine Zeit lang nicht mehr gesehen. Und ja, auf meinen Kanal, wenn höre ich es wahrscheinlich, hauptsächlich Gaming-Sachen kommen. Wie zum Beispiel, wie COD in der letzten Zeit kommen auf meinen Kanal hin und wieder Exo-Zombies oder normalen Zombies. Aber es kann auch ein bisschen dauern, bis mein Kanal wieder in vollen Touren ist. Also, ja, das werde ich jetzt wieder noch alles sehen. Und ich werde mir dann auch irgendwann die Elgato holen, um auch PS3-Videos aufzunehmen. Weil ich habe nur eine PS3 und eine PS4. Und von denen werden auch hauptsächlich nur Videos kommen. Und dann, was gibt es noch über mich zu sagen? Ich gehe auf ein Gymnasium. Ja. Und... Also, es kann noch ein bisschen dauern, bis man genau wieder aktiv ist. Also, macht ihr nicht zu große Hoffnungen. Und... Ich weiß nicht, was ich noch erzählen soll. Ich... Ich mag Kuchen. Ich weiß wirklich nicht, was ich jetzt noch erzählen soll. Weil ich bin... Jetzt... Ziemlich unerfahren auch in das, weil ich hatte jetzt ja ein Jahr lang Pause. Und... Ja. Ich mache jetzt ja wieder Videos, weil ich... eine Aufnahmemöglichkeit gefunden habe und auch wieder ziemlich viel Lust dazu habe. Und... Ja. So eine neue Map, die kenne ich noch gar nicht. Schätz mal. Ja, ich... Ich bin nicht gerade... Ein sehr toller Spieler. Und ich bin gerade ein bisschen... aufgeregt wegen dem Video, weil... Scheiße. Ich habe... Ich bin außer Übungen, dass... Und wenn es halt... Es darum geht... Und... Ja. Gerade doch. Und das war... Deshalb wiederhole ich mich öfters, wie zum Beispiel mit dem... Ja. Weil ich eben... Noch etwas... Nervös bin. Gebiete. So. Was gibt es noch, was ich noch erzählen? Meine Hobbys sind... Mit... Meine Hobbys sind... Zocken... Schwimmen... Freunden abhängen. Und... Musik hören. Und... Jo. Ich... Wenn er mal... Piers 3 Videos oder so kommen werden... Wenn sie höchstere Hand-Duel mit dem... Max kommen, weil... Der für mich aufnimmt und das dann... Auf meinem Channel hochlädt. Also meistens haben wir das gemacht. Das spiel jetzt... Meine... Dingsaufnahme, meine... Tiefel... Zwei, drei Wochen auf meinem Kanal kam die... Kam die... Black Ops Zombies Aufnahme... War hat er auch aufgenommen. Und... Ja. Ich entschuldige mich für diese schlechte Audioqualität, weil das ist gerade nur ein Headset-Mikrofon. Und es kann eben noch dauern, wie ich gesagt habe, bis ich... Bis alles wieder gescheit ist. Wie zum Beispiel eben... Mikro oder so. Oh, gut, scheiße. Ja. Ja. Und... Als ich dem Max davon erzählt, dass ich wieder YouTube-Videos machen möchte, war ganz überrascht. Hab mir auch alles gezeigt. Halt... Aufnahmemöglichkeit eben, dass ich auf der PS4 aufnehmen kann. Weil... Meint nur PS4-Videos kommen. Und... Ich glaube, das wäre es eigentlich... Von mir aus gewesen. Ich weiß, dass ein ziemlich... Ich weiß, dass das Video jetzt ziemlich kurz war, aber... Ja. Ich habe schon gezeigt. Ich weiß eben nicht, worüber ich reden soll. Ich habe überhaupt keine Ahnung mehr. So, dann werfen wir noch schnell. Diese Bombe. Hat er nämlich gekillt, aber... Das ist lustig. Und... Ja, das war es jetzt von mir aus gewesen. Von meiner Seite aus gewesen. Ich bedanke mich herzlich, dass ich ein Video machen durfte. Und... Wir sehen uns später wieder mal. Vielleicht noch auf diesem Kanal. Also, ciao. Bis zum nächsten Mal.